Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video und zwar gucken wir uns heute mal ein paar Clips von meinem Bruder an. Nach dem Intro geht es sofort los. Ja Leute, wie schon am Anfang gesagt, hat mein Bruder mir ein paar Clips zusammengeschritten, die ungefähr alle insgesamt 1 Minute und 12 gehen. Und wir gucken uns jetzt mal auf jeden Fall an. Bin gespannt, was das für Clips sind, weil ich habe von meinem Bruder schon sehr, sehr lange nichts mehr gesehen in Fortnite. Wir haben mir das auch davor noch nicht angeguckt. Sehen, bin ich wirklich, wirklich mega, mega, mega gespannt, was das hier für Clips sind, die der mir geschickt hat. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann lasst du unbedingt einen Like da Leute. Dann weiß ich damit nämlich Bescheid, da kann ich nur sagen, ey, schick mal noch ein paar mehr Clips oder schneiden wir nochmal zusammen, ein paar neue Clips. Weil der meinte, er hat noch ein paar mehr Clips. Bin einfach mal gespannt, was das jetzt für Clips sind und ob die wirklich krass sind, weil der meinte, da hast du ein paar dabei, die sind schon...perfecto. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten mal direkt mit dem Video. Hier Clip vor Linux. Und wer ihr das auch machen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung. Da steht jetzt, wie ihr mir Clips von euch schicken könnt und dann kann ich auch mal vielleicht ein Video dazu machen. Habe ich das schon mal gemacht. Deswegen würde ich mal sagen, jetzt geht's los, liebe Leute. Also mein Bruder schminkt runter. Hat es gerade kurz gelenkt oder was war das hier? Okay, die lag am Dings. Er hat auch mit der Play gemacht, also es kann sein, das ist die Grafik so ein bisschen schlechter, aber kann es trotzdem erkennen, deswegen ist es eigentlich relativ egal, finde ich. Und ich habe auf jeden Fall ein Gegner sind, er hat sich mit dem Jagdgewehr hier am Start und 360 versucht, auf jeden Fall 20 HP verloren, glaube ich. Ne, 15. Äh, oh, was? Oh mein Gott, wartet mal. Hat er nicht gern möglich gemacht. Der ist zehn Jahre alt, Leute, zehn. Wisst ihr, das ist, hier trifft er ihn nicht. Also ja, hier ist ja nicht schlimm. Hat er hier geschossen? Ne, er hat er nicht okay, er hat mich geschossen, okay, habe ich ein bisschen verwirrt. Aus zwei Metern so ein 360, okay, das ist jetzt nicht weit weg, aber zack, guck mal, er dreht sich einfach nur, er dreht sich wirklich einfach nur hier. Würde ihr sehen, er dreht sich einfach nur durch und bam, Headshot. Oh mein Gott, also wenn das, wenn dieser Kill am Anfang vom Video ist, dann will ich nicht sehen, was am Ende noch passiert. Also das war, Props gehen raus, aber an dich, wenn du das Video siehst, mein Bro. Also heftig, also Leute, wirklich, das war ein heftiger Killer, oder was denkt ihr davon? So einer im Stream, da war ich auf jeden Fall erstmal raus, eskaliert, okay, heftig. Guck mal den nächsten Clip, was er so alles zusammengeschnitten hat. Also der erste Clip, heftig, Udi, heftig. So, er hat es jetzt mal hochgebaut, glaube ich, im Spielwiese, ja, ist Spielwiese, denke ich, sollte es Spielwiese sein. Kommt jemand hoch, oh, ein nicer Headshot auf jeden Fall. Und danach nochmal, oh, jetzt geht es weiter, oh, stopp, stopp, stopp. Also ich fand den Snapshot ganz nice, vor allem mit der Heavy, ich bin nicht der größte Fan von hier. So ein kleiner Flickshot, zack, nach oben und dann direkt abgedrückt. Auf jeden Fall ein nicer Kill, aber der kann den ersten Kill auf jeden Fall nicht toppen. Und dann schön gesprungen und pump gegeben und zack, sowas gibt es hier. Hier kann man sehen, dass er noch so in der Dings ist, in der Russen Hocke ist. Und dann hast du es rauspickt, genau, und dann hat er ihn geholt. Auf jeden Fall, das war schon mal ein sehr, sehr nicer Kill. Holt er ihn auch noch direkt? Ah, okay, schade. Da muss ich einfach noch was beibringen, dem kleinen Schlingel. Ja, okay, ich sag, dass er ihn einfach nicht trifft. Oh, jetzt wird er gepusht, was macht er jetzt? Bin ich mal gespannt. Okay, irgendwie ist es Schluss nicht Connect, kann das sein? Oh, ja, mit der Cowboy-Waffe. Hier mal ein Pumpit. Was? Hab ich noch nie gesehen. Er geht nach Feld hier runter. Abkommt der Pump. Und jetzt? Leute, habt ihr das gesehen? Er hat so Cowboy gemacht. Er hat so einmal gespinnt und dann direkt einen Headshot gegeben. Boom. Boah, heftig, also wirklich heftig. Krass. Das habe ich noch nie gesehen in Fortnite. Heftig. Einfach so beim Spin geschossen beim Headshot. Boah, der war auch nice. So, was kommt jetzt hier? Eine goldene Deagle. Eine ziemlich weite Entfernung. Okay, da fliegt der Gegner. Oh, was? 103 Meter, Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Da fliegt der weg. Ich glaube, mit einem Bouncepad oder so. Nee, kann ja gar nicht sein. Und dann? Heftig. Man kann ja sehen, dass das Visier noch so ganz normal ist. Also normalerweise sieht das ja immer so klein. Dann hat man eine bessere Prezi. Aber es ist so ganz fett und dann trifft ihn einfach. 103 Meter. Deagle. Und es holt ihn da so weg. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Kill hier. Boom. Ho. Also der, der Kill ist auf jeden Fall auch heftig. Es ist ja nicht so krass wie der erste, aber der ist auf jeden Fall echt heftig. Hey, ich bin jetzt wirklich noch neu, ich weiß jetzt noch passiert. Das ist, das sollte der Replaymodus sein, weil hier ist irgendwie nichts. Genau, das glaube ich, der Replaymodus. Da unten läuft ein Gegner. Er hat ihn geholt. Ah, ja, der hat ihn geholt, aber konnte man irgendwie nicht sehen. Er ist im Replaymodus. Aber er hat auf jeden Fall hier geholt, also ganz nice gemacht. Ziemlich über den Gegner sehen, musste der hier nach vorne schießen. Und hat den auch noch getroffen. Heftig. War auf jeden Fall auch ein nicer Kill. Aber wie gesagt, sogar der nicht mal deckert den ersten Top. Also der erste, Leute, der war wirklich... Der war echt heftig. So, was sehen wir jetzt? Ist da ein Gegner drin? Habe man das gesehen? Ah ja, da läuft ein Gegner. Okay, habe ich gesehen. So, hier editiert er ist mal ein bisschen. Hat den getrollt. Wie geil ist das denn? Ah, wie geil ist das denn? Guck mal, hier ist die Treppe, Leute. Deswegen kann er hier hinten nicht rausschwingen. Das ist jemand, der da hinten die ganze Zeit editiert. Wie geil ist das denn? Und dann noch geholt. Oh, okay, okay. Und dann mit noch einem Pummschuss geholt. Guck mal, was das nochmal an. Aber der Kill, der ist auf jeden Fall viel lustiger als der. Ist also da. Da kann man dir auch mal Props rauslassen. Das war echt nice. Da ist ein bisschen getrollt. Da geht es nicht so. What the fuck geht es hier? Wann schießt der mich endlich ab? Und dann editiert er die beiden weg und holt ihn. Nice. Das war nice, Leute. So ein Play. Solche Plays gefallen mir am besten, wenn man den so begegnet. Ein bisschen short editieren. Zack, dann wieder zurück. Und dann bam. Also wirklich. Der Kill, der hat mir besser gefallen als er. Welche Kill fahrt ihr besser? Ich sage gerne in die Kommentare. Also diesen ersten Kill hier. Oder die 360 Headshot mit einem Jagdgewehr. Boom. Auf jeden Fall heftig. Oder diesen Kill hier. Ob hier ist glaube ich gut. Oder diesen Kill hier. Wurde ein bisschen editiert. Oh nein. Bisschen editiert hier. Heftig. Und dann bam. Geholt. Das war der letzte Clip, oder? Ja, heute der letzte Clip gewesen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, weil dann sage ich mal, ey, mal wieder nice Clips und so. Dann lasst euch gerne Like, da und Abo. Und ich mich ja, mich ja, mich ja, mich ja. Und aktiviert die Glocke, um keine weitere Videos zu lassen. Ich lasse mich dafür verpassen, liebe Leute. Ja, und demnächst folgen auf jeden Fall noch sehr, sehr nice Videos bei Zuforten. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und vergisst nicht auch Clips von euch zu schicken, damit ich da auch ein Video zu machen kann. Also es ist auch sehr, sehr wichtig. Schaut euch auch wieder mal in die Videobeschreibung. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr hier bis hierhin zuguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und tschau.